Fick Corona. Erstmal Fick Conati. Dann Fick Corona. Ich freue mich auf Conati, aber... Guck mal, erst kann ich nicht teilnehmen, ja? So. Erstmal kriegst du kein Geld. Dann ist das Turnier voll. Nee, darum geht's gar nicht. Dann ist das Turnier voll. Okay, alles gut. Dann ist das Turnier nochmal voll. Es kommen Leute von außerhalb Alter. Niki kommt. Wir haben zwei Nikis. King. King kommt. King kommt. Alle möglichen Menschen kommen. Marius. Geldjunge wäre sogar gekommen, Alter. Der kommt sonst nie mehr. Das ist so eine mythologische Erscheinung. Alter, was sie denn mit seinem Ring? Sein Ring ist im Arsch, Alter. Seinen Ring schiebe ich mir sonst wohin. Furchtbar. Traurig. Muss ich sagen. Dann auf einmal tut sich die Möglichkeit vor drei Tagen auf. Okay. Ich muss doch nicht auf diesen scheiß Geburtstag gehen. Geil kann ich dieses Turnier mitspielen. Okay, geil. Fick dich Corona. Ich sitze hier auf und sitze ich zum Fernsehen. Ich schlag deine Fresse bis nach Madagaskar. Corona. Bis nach Afrika geht er auch gar nicht. Oh, man zackführt grad. Was ist denn los? Ja. Wer hat die Practice? Der Soy Boy. Soy Boy ist ein Grinder. Das ist meine Prodigy. Ich glaub fest an ihn. Auch geil finde ich hier Jan mit seinem Kopfhörer, die er nicht anhat. Ja. Das ist der Style einfach. Das ist der Style einfach. Das ist der Style. Ja. Und was soll man sagen, Alter? Es ist einfach traurig, ja? Dann freut man sich. Okay, man kann doch mitspielen. Cool. Geiles Turnier wird bestimmt sick. Dennis schreibt. Fick ihn, was er braucht. Vielleicht irgendwie in Grants gelandet. Jede Menge Alkohol. Ja. Bock, Bock, ein Set gegen den Mann zu spielen. Und dann sowas, Alter. Das wäre auch unsere Mission gewesen. Ein Turnier. Eine von Tonathis Missionen war, doch ein Turnier zu hosten. Jetzt schaffen wir es auch nicht mehr. Wir schaffen nicht mal das. Hostet ein Turnier. Nicht mal das schaffen wir. Aber hier sieht es gerade ganz gut aus. Vielleicht, ich weiß nicht was bei 3rd los ist. Er spielt eigentlich ganz gut gegen Mads. Ich muss ja auch am Dienstag zum Arzt mal gucken, ob ich da noch hinbekomme. Oder auch mit Corona. Bei Arzt. Ja, wenn er hat Arzt Corona. Du kommst doch bestimmt hin. Ja, kriegen wir nicht alle eh Corona? Sollten wir nicht vielleicht einfach dann das Turnier trotzdem stattfinden lassen? Ich habe schon überlegt, bei mir in der Wohnung einfach. Oder wir haben alle einfach hier Corona. Jetzt? Ja, genau. Dann bleiben wir hier in Quarantäne. Aber dann können auch nur die Leute an Turnier teilnehmen, die hier da sind. Und wir haben nicht genug Bier. Es ist ein Dilemma. Und gar keines. Wir haben gar keine. Doch, es gibt 3-farben Fischkäse und ein bisschen Salami. Aber wir haben einen Smash. Ja, aber. Es ernährt uns. Zwei Wochen lang kann man sich von Smash ernähren. Es gibt Wasser. Es gibt bestimmt ein bisschen Mehl. Wasser oder Luft? Wir schlagen uns dann alle. Und am Ende müssen wir anfangen uns einen nach dem anderen zu essen. Und dann spielen wir wieder rum. Mafia? Crew Battle? Crew Battle da rum, wen man als erstes essen sollte. Ne, Mafia. Mafia? Oh, das war heftig. Wir müssen heute noch Mafia spielen. Na, ich glaube. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Mal gucken. Vielleicht glaube ich. Du musst eigentlich morgen arbeiten, aber. Na, ich. Nimm die Scheiße ernst. Ja, Digga. Was sollen wir denn da noch ernster nehmen als das Turnier absagen? Nimm die Scheiße ernst. Ich nehm das ja auch relativ ernst, Alter. Ich hab auch gar keinen Bock, dass ich den Quatsch wieder nach Hause nehm. So ist nicht? Oh, und Dennis hat gespielt? Ja, Dennis hat gespielt. Und auch 2-0-Clap? Okay, Cortana. Und sage 2-0-Ein. Für wen denn? Was ist das noch für ein Name für Cortana? Das ist von... Man hat... Kann sein... Dennis? 2-0-Milch. Dementsprechend. Dann musst du gegen Taz-C spielen. Dann. Gegen mich nicht? Gegen... Hololulu. Er hat dann das gesiedert eigentlich... Hololulu! Er hat dann eigentlich gesiedert, dass ich in der 2. Runde gegen Rivka spiele. Ist das so? Nee, du ist halt... Rivka ist 9. Ziel zu. Ufo ist 8. Hallo! Hä, aber dann spielt Ufo gar nicht schick oder was? Ah, okay. Pixab-Totel. Pixab-Totel 2-0-Ein. Ehm... Light-Frozen 1? Wirklich? Ehm... Ich glaube nicht. Ehm... Gegen Pixab-Totel 2-0-Ein. Ehm... Gegen Pixab-Totel 2-0-Ein. Ehm... Ehm... Gegen Pixab-Totel 2-0-Ein. Ehm... Abzett das erste Match-Gro? Ja. Fack... Klatschko. 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 Ehm... 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 Die erste Uwan? Ich hab verloren. Ernsthaft gegen Victor. Ehm... 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 Gegen... Gegen Fertel 2-0-Ein. Gegen Poff-Totel 2-0-Ein. Oh... Wiss ich gerade mal? Ehm... Ehm... Gegen... Ehm... 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 2-0? Gofft-Target? 2-0. Oh! Ehm... 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 F in den Chat für Corona-Alter. Berlin 13 Cent für Corona. Wirklich, Rivka 13 Cent. Berlin 13 Cent. Es ist so traurig. Warte. Es ist einfach ein Trauerspiel. Weißt du, wie es noch trauriger ist? Jetzt hätte auch Konatsu einfach zu Hause bleiben können. Das wäre alles gut. Nee, jetzt Kopfflöte. Achso, es gibt jetzt, wow. Es gibt jetzt St. Patrick's Day. Es ist auch traurig. Einmal traurig. Einmal traurig. Einmal traurig. Einmal traurig. Einmal traurig. Einmal traurig. Wo ist denn der Kumpel? Nee, aber nicht. Wir sind vielleicht im Setup gelassen. Der ist so traurig. Joa, danke. Einmal ruhig. Und hier. Hier machen wir zum Match. JoJoMonster7777 mit dem Lead. Et JoJoMonster7777 mit dem Lead. Et JoJoMonster7777. Ja, der ist ja soiboy. Ja, okay. Folgt ihn auf Twitter für seine Tolle. Er hat sie umbenannt. Das ist sehr recht. Ja. Folgt jetzt Twitter. Ad Berlin-Smash. Weil Berlin-Smash vergeben war. Von den Brült-Spielern. Brült. Oh, der Rest. Und der Starcao. Sophie in to Rest. Into Starcao. Es ist Klatschgold. Oh, Uptilt. Dann wird er endlich. Es sieht eigentlich die ganze Zeit gut aus, was JoJoMonster da macht. Aber dann wird er einfach gerestet. Wird er einfach gerestet? Kannst du die Böcke zeigen? Ja. Wischen wir noch besser? Ähm... Overs muss gegen Karin. Wer hat das gesehen? Du muss gegen Picken. Ja. Ähm... Und so auf K. Und das ist... Das ist ja perfekt.